Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu einem weiteren Fußball-Talk hier auf Goddielp. Wir sind vollzählig anwesend und bequatschen als erstes den abgelaufenen 15. Spieltag. Und dann werden wir eine kleine Vorschau auf den 16. Spieltag abgeben. Es ist englische Woche, das heißt, diese Woche gibt es dann zwei Fußball-Talk-Folgen. Hoi, 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 Endspurt vor Weihnachten. Wahnsinn. Ich gucke gerade schon ein bisschen über die Ergebnisse. Ja, sieht gut aus. Wir können direkt mit dem ersten Spiel anfangen. Achso, wollte noch Hallo sagen? Hallo, gut. Hallo. Also, Stuttgart-Leverkusen war das Freitagsspiel. Es endete 0 zu 2. Und der Bolti hat mal wieder gezeigt, dass er gar nicht weiß, was er tut. Bolti, ich überschlag gerade mal so deine Ergebnisse. Das war nicht dein Spieltag, oder? Könnte man so sagen, ja. Ich glaube, nur das Unentschieden am Ende hast du recht. Also, was heißt richtig? Die Differenz. Ja. Ich glaube, sonst alles falsch. Einer muss ja vermutlich tippen. Ja, absolut. Also, Stuttgart-Leverkusen hat der Bolti 2-1 zu Stuttgart getippt. Der Puffy 1-1. Fabi 1-2. Damit ziemlich nah dran. Aber der Goddi hat 1-3 getippt und hat damit zwei Punkte geholt. Korrekt? Ja. Absolutamente. Wenn es denn eine auswerten würde. Wenn es denn nur eine auswerten würde, ja. Wir haben ja aber noch nicht entschieden, eigentlich, oder Puffy und ich haben uns gefragt, was ist eigentlich bei Unentschieden? Wie viele Punkte gibt es da? Ja, zwei, weil du die Differenz hast. Dann würde ich ja immer Unentschieden tippen. Ja. Das ist ja Unsinn. So wird es bei den meisten Ligen gemacht. Ist das so. Okay. Ja, war, glaube ich, kurz zusammengefasst. Wir haben ja gestreamt. Wir haben den FM 17 gestreamt. Ja. Meine ich. Aber du kamst später, ja. Aber wir haben, was haben wir gehört? Stuttgart war bemüht. Leverkusen war effektiv. Ja. Genau. So war die Kernaussage. Stuttgart war, glaube ich, die erste Heimliga-Lage gekriegt dieses Jahr, ne? Ja. Aber verdient, auch von den Statistiken her. Leverkusen halt sehr, sehr zielstrebig, mal für ihre Verhältnisse und dann am Ende verdient gewonnen, ja. Wieso mal für ihre Verhältnisse? Das machen die schon bei Wochen so. Ja, aber zum Anfang der Saison hatten sie damit ja Probleme. Mittlerweile sind sie jetzt ja in Schwung gekommen und auswärts Stuttgart-Wieser zu Hause ja noch nicht verloren gehabt. Und ja, ist fast schon ein Big Point, würde ich sagen, für Leverkusen, um dann, ja, nach der Hinrunde relativ weit umzustehen. Also die haben sie jetzt ja noch umgeschlichen so ein bisschen. Mit der Effizienz hätten sie am ersten Spieltag gegen die Bayern auf jeden Fall mehr mitgenommen. Absolut. Gegen die Bayern war es ja eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Die verlieren halt nur, weil sie das Tor nicht treffen. Genau. Und Alco Ehrlich hat auch das Tor getroffen, oder? Ja, immer. Na, aber in dem Spiel besonders, weil er wurde ja, ähm, hat er nicht eine Flasche weggepölt? Ja, und er ist ja auf Tribüne gegangen dadurch, ne? Ja, genau. Er wurde dann von Herrn, na wer wohl, Eitekin, ähm, auf die Tribüne geschickt. Bester Schützrichter. Bester. Wir würden da nie, irgendwie hat er auch schon wieder eine Note 4,5. Na, vollziehbarer Verweis gegen Herrlich, gute Körpersprache, jedoch mit dem heftigen Makel As-As-As-As-As-As-A-As-As-As-Chiwa? Ja, der Mittelfeldspieler, sondern. Der da halt. Für dessen Blutgrätsche gegen Brand nicht mit Rot bestraft zu haben. Deshalb kriegt er schon eine 4,5. Bei Dormalspielen kriegt er trotzdem, obwohl er immer viel mehr Text und Versagen steht. Egal. Ja, also ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel, viel drüber quatschen, ne? Man hat die Inter-Sieg und dadurch kann Leverkusen sich jetzt oben festigen, wenn sie das halten. Ja, ja. Da, wo sie hinwollen. Dann sind wir jetzt schon Fünfter und drei Punkte hinter dem Zweiten. Die beste Tordifferenz, die drittbeste Tordifferenz der Liga. Also, das ist schon, ja, da kommt was. Ja, am nächsten Spieltag wird es dann mit der Tordifferenz, dann sind es die zweitbeste Tordifferenz der Liga. Ich glaube, die Bayern verlieren nämlich hoch und Leverkusen gewinnt auch. Nein, natürlich. Egal, komm. Ja, ich finde das immer gut. Sie können sich oben festsetzen, wenn sie das so halten. Das ist immer so eine Aussage, ne? Ja. Frankfurt kann auch Meister werden, wenn sie jetzt alle Spiele gewinnen. Ja, weil Leverkusen ist ja realistisch, dass sie ja gerade in die Form reinkommen. Ja, wir haben aber auch gezeigt, wie realistisch es ist, nicht in der Form zu sein. Also, schwierig. Aber, ja, im Moment läuft es. Winterpause kann aber auch nochmal alles durcheinander würfeln, ne? Du kommst aus der Winterpause raus und hast die ersten beiden Spiele und dann läuft es auf einmal nicht. Und dann, schwupp. Das bleibt immer schwer. Ja gut, bei Leverkusen kann ja vielleicht auch ein paar andere Sachen passieren. Also, haben wir zwei, drei Spieler, die durchaus für andere Vereine auch interessant sind. Dadurch, dass Leverkusen nicht international spielt, werden sie sogar spielberechtigt in der Rückrunde. Und da gab es ja schon etliche Anfragen. Gab es nicht das Leno-Gerücht jetzt aktuell, wo die Bayernländer in die Bild-Zeitung irgendwie klagen? Ja, das gab es. Aber das meine ich jetzt nicht unbedingt, sondern ich meine eher, dass schon akutes Interesse zum Beispiel an Herrn Bailey existiert aus England. Herr Brandt spielt in England auch eine Rolle bei etlichen Vereinen. Und wenn die halt weggehen oder wenn die weggekommen, weil halt ein Engländer sagt, okay, dann bezahle ich halt 50 Millionen. Und da muss Leverkusen realistischerweise ja ja sagen. Dann kann sie halt so. Das werden wir natürlich im Transfergeflüster in der kalten Winterzeit, wo fußballfreie Zeit herrscht, auch nochmal bestimmt aufgreifen. Hier und da. Da gibt es bestimmt ein paar Gerüchte, ja. Kommen wir zum Samstag. Hey, fangen wir an mit, warum fangen wir immer mit den Dortmund gegen Bremen? Warum hat der Kicker das immer so? Ist es nicht chronologisch? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es demütigend hier, gezielt gedemütigt werden. Dortmund gegen Bremen, ja. Machen wir mal die Tipps. Der Fabian hat 1-0 Dortmund, Paffi 2-0 Dortmund, Gotti 1-1, Volty 3-0. Das heißt, der Gotti noch am nächsten dran. Ha. Ja. Und er weiß auch warum. Es ist, ja, ich sage mal, ich sage mal einfach, wenn die Bremer da nicht Bartels und, sag mal schnell, Junuzovic verletzungsbedingt auswechseln müssen, wird das doch gar nicht spannend. Das stimmt. Also, hat mir mal wieder nicht den Eindruck gemacht, als würde das da irgendwie auch nur ansatzweise interessant werden. Ja, das letzte Spiel von Trainer Bosch, mittlerweile hat der andere Peter übernommen, ja. Peter ist tot, lang lebe Peter der Zweite. bis zum Saisonende, bis zum Saisonende, ja. Ja, wir wurden ja schon im Stream gefragt, was haltet ihr davon, kurz und knapp, ohne jetzt wirklich näher darauf einzugehen. Ähm, vielleicht machen wir das gleich, wenn auch die Zeit übrig ist. Ich, ich finde, es ist nicht die dümmste Idee. Du hast einen Trainer, der die Liga kennt, ähm, du hast einen Trainer, der, ja, taktisch nicht so festgefahren ist, äh, er kann Deutsch, er, äh, ne, also sagt man ja immer, diese Floskeln haut man ja immer raus. Ähm, ich glaube, Stöger braucht auch nicht viel Eingewöhnungszeit. Gut, jetzt wird er natürlich in den zwei Tagen, die er da war, dann auch hier mit dem Schneefall und so überall, wird er jetzt nicht viel gemacht haben mit der Mannschaft, Gespräche geführt haben, ein bisschen Taktik, äh, Training gemacht haben, ja. Ähm, gut, dann kommen wir gleich in der Vorausschau auf den nächsten Spieltag, können wir dann auch nochmal irgendwie begründen, wenn wir unsere Ergebnisse haben, warum wir so glauben. Also, Dortmund, äh, gegen Bremen, das war, ja, also es gab diese Phase von Dortmund, wo sie auch wirklich, äh, Druck gemacht haben, da haben sie auch den Ausgleich erzielt und, ähm, dann gab es diese Mega-Slapstick-Einlage noch von Herrn, äh, Kagawa, musste erst mal so machen, also musste erst mal so machen. Ganz ehrlich, wenn du, wenn du ein anständiger Typ bist, äh, gehst du dann am Ende vom Spiel, vom Spielfeld und sagst, dann war das ja wohl mein letztes Spiel. Ja, also Fußball und ich sind anscheinend Sachen, die auch, so wie Herr Eitekin und Fußball, nicht zusammenpassen. Also, ich, ich kann nicht aus, aus zwei Metern, ähm, aufs freie Tor flach schießen. Ey, das, das hämmer ich, das kann ich, also, da kann ich mich so weit zurücklehnen, dass ich mit dem Hinterkopf den Rasen berühre, ich kann ihn ja gar nicht drüber hauen, doch, kann man, kann man, Castro könnte, aber... Gommes kann das auch. Wer? Gommes. Gommes, Gommes, genau, ja, Bobic hat das damals bei Dortmund auch geschafft. Wo ich dachte, wie hat das denn gemacht? Hä? Zwei Meter und bumm. Ne, aber, ohne Scheiß, ey, da pölt ich das Ding so unten ins Netz, ne, äh, also, unten, also von oben hier, unten oben, weißt du? Unglaublich, da pölt er den am, am Boden liegenden Aubameyang an. Ey, pfff. Ja, ja, gut. Ich hab ja gesagt, Kagawa ist eh ein Kopfspieler, ähm, erst wenn der Druck weg ist und das halbwegs im Team läuft, dann läuft's auch wieder Kagawa. Also, Kagawa ist kein Leader und... Naja, okay, ja, was will jemand noch was zu diesem wunderschönen Spiel sagen? Feuer frei. Verdienter Sieg für Bremen. Ja, das wollte ich auch sagen. Also, war verdient für Bremen. War erschreckt, wie bei Bremen ja wirklich, stand ja mit dem Rücken schon ein bisschen zur Wand. Klar, sie haben das Spiel zu Hause gewonnen gehabt davor die Woche, aber ich dachte, in Dortmund geht für sie gar nichts. Und, ähm, bin wirklich ersch... Wirklich, das war das erste Mal, wo ich so richtig erschrocken bin, dass Dortmund so ein Gegner, der ja wirklich einfach auszurechnen ist. Du weißt eigentlich, du musst Kruse kontrollieren, du musst Bartels kontrollieren und dann gewinnst du eigentlich in der Regel meistens das Spiel gegen dich. Und das hat man nicht hingekriegt. Und dann kriegt man auch so nach der Ecke so ein Tor... Du bist jetzt erst erschrocken. Nee, ich hab andere, die Spiele davor waren, fand ich auch schon seltsam. Aber diesmal dachte ich eigentlich, gegen Bremen zu Hause, das war für mich so eine klare Nummer, das Dortmund. Und das macht selbst mit den Problemen, die sie haben. Und das hat nicht funktioniert. Und ich hoffe, dass der neue Peter, ähm, das ein paar Änderungen macht. Klar, in den paar Tagen ist wenig möglich, aber dass er vielleicht so irgendwie, irgendwie da dieses, ja, diese Mannschaft oder diesen, da auf ihr reicht in der Hinsicht, dass die das kapieren. Dass man halt nicht immer nur sich auf vielleicht Meriten, die man früher mal errungen hat, ausruhen kann, sondern dass man jetzt wirklich, ähm, dass es langsam mal Zeit wird. Und, ähm, vielleicht auch mit einfachsten Mitteln vielleicht mal ein Spiel zu gewinnen. Und nicht, ähm, nicht über einen Schönheitspreis. Ja, kommen wir gleich in der Vorschau bestimmt noch zu. Also, nächstes Spiel. Leipzig gegen Mainz. Äh, ich geh die Tipps durch. Keiner hat unentschieden getippt. Gotti hat noch für Mainz getippt. Schau an. Ja, immerhin nicht so weit daneben. 2-2 endete das Spiel. 2-1 Halbzeitstand für Leipzig. Wer will? Beutti, Beutti hat, glaube ich, schon geschrien. Hab ich, ja. Seines Zeichens, äh, RB, äh, Vereinsgründungsmitglied. Vor allem Vereins- und Gründungsmitglied. Und dann auch mit RB. Also, ist ja... Da hast du ja echt einen rausgehauen. Mehr geht ja gar nicht. Mehr, äh, Paradoxum. Okay, komm. Also, das, was ich gesehen hab, war es auf jeden Fall, ähm, eine verdiente Punkteteiligung. Ähm, Chancen waren auf beiden Seiten da. Das Spiel war fußballerisch eher so semi, hat aber dadurch, dass es halt bis zum Ende spannend blieb und auch erst kurz vor Schluss der Ausgleich gefahren, das war halt immer spannend. Und ich hab ja, glaube ich, 4-0 für Mainz getippt. Äh, 4-0 für, für, für die Bullenpisse. Und ich hab gedacht, dass Leipzig-Mainz wegklatscht, aber Mainz hat wirklich gut dagegen gehalten. Und haben einen verdienten Punkt geholt. Ich glaub, mit dem sie sehr zufrieden dann die Handreise angetreten sind. Ja. Ich denke auch, äh, der, der, der Punkt geht für, für beide Teams in Ordnung, äh, im Spielverlauf nach, ähm, und. Ja, ich, ich glaube, ihr habt halt wirklich nicht bedacht, dass die da wieder, äh, unterhalb der Woche, also, das ist lustig, im Bundesliga-Check hat jeder gesagt, ah, Leipzig, nee, nee, mh, Mehrfachbelastung, die werden richtig leiden, die Saison, ne. Aber jetzt auf einmal hier, 2-0, 3-0, 4-0. Eure Tipps, nicht, nicht meiner, ne? Ja, ja, ja. Auf einmal weggeblasen, oder? Ja, hat da, glaube ich, auch ein bisschen was mit dem Gegner zu tun. Also, Mainz war in den letzten Wochen auch nicht bekannt dafür, gute Spiele zu spielen, ähm, außer dem auswärts schwach, Mainz, äh, oder, oder, Leipzig hatte zu Hause, glaube ich, nur gegen Gladbach, glaube ich, unentschieden gespielt bislang. Da dachte ich schon, ähm, dass, dass Leipzig ja gerade zu Hause, ähm, die Mainzer wegklatschen werden, ähm, was sie dann aber nicht gemacht haben. Ja, aber wie gesagt, das deckt sich ja nicht ganz, wenn ihr im Bundesliga-Check sagt, die werden, äh, unter Mehrfachbelastung, das kennen sie nicht, äh, ja. Ja, und, und, und dann trotzdem 4-0 tippen, ich, ich war überrascht. Aber in den ersten Spielen haben sie ja eigentlich erst gezeigt, dass sie damit keine größten Probleme hatten. In den ersten Spielen war ja auch alles noch Halligalli, aber umso weiter eine Saison fortschreitet, äh, lieber Fabi, desto mehr ist das ein Faktor, findest du nicht? Umso langsam kommt die Phase, das meldet man ja auch. Ja, ja. Letzte Woche 4-0 gegen Hoffenheim verloren, jetzt noch ein Entschied gegen Mainz. Ja, jetzt merkst du es, ne? Weil es kein optimaler Ergebnis ist. Also, ja, komm. Okidoki, ja. Mh, gut. Ach so, Auslosungen habe ich jetzt gerade. Dortmund hat, äh, Atalanta Bergamo gezogen und Leipzig hat, äh, einen Schweren, ne? Die haben, äh, wen haben die denn gezogen? Echt jetzt? Beschick das. Ach nee, halt. Nee, 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 nee. Das hat aber zur Euro nicht gepasst. Beschick das hat Bayern, äh, bekommen, aber... Neapel trifft Leipzig. Neapel, ne? Neapel. Neapel. Es ist den Neapel. Das hat zwar nichts mit Schweren zu tun, aber ist Neapel. Ist Endstation. Oh, bitte, was hat es mit Schweden zu tun? Hast du nicht Schweden gerade gesagt? Einen Schweren. Ach, Schweren. Ich habe Schweden verstanden. Ja, ja. Braucht ihr mal eine anständige Internetleitung. Ja, es ist für mich, ist für mich klar, dass das Leipzig, dass es für Leipzig die Endstation ist. Ich glaube, ne, Apel ist eine Nummer zu groß. Bin ich mir nicht sicher, aber ich will dann nochmal darauf hinaus, dass das auf jeden Fall weiterhin, ne, belastend sein wird. Dann vielleicht auch noch mehr. Ich bin gespannt, wie sich mit in der K.O.-Rolle machen. Werden ja wieder alle drei Zuschauer einschalten, wenn es in den Öffentlich-Rechtlichen übertragen wird. Ja, gibt es weitere Minusrekorde. Okay, komm, Frankfurt gegen die Bayern, ne, war jetzt auch weniger Halligalli, aber der Halligalli-Fußball der Bayern ist auch so ein bisschen mit Jupp untergegangen, aber die Punkte kommen zurück, ne? Ja, aber das hatte ich ja vorher, glaube ich, auch, wenn mein Tipp war, glaube ich, 2-1 für Bayern, war mir auch klar, dass es in Frankfurt für Bayern nicht einfach wird. Und so war es auch. Also Bayern hat verdient gewonnen, aber war jetzt bei Weitem nicht so schön zum Angucken. Also Frankfurt hat so gespielt, wie sie immer spielen, hatten ihre Möglichkeiten. Bayern hat halt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten gemacht, macht halt in das Tor und das war es aber auch schon. Also es war jetzt nicht, ja, war kein Spektakel, aber halt drei Punkte mitgenommen. Ist ja das, was ich manchmal anmerke, einfach mal dreckig Punkte mitnehmen. Das ist manchmal auch nicht so schlecht. Da war ja auch gar keine Bewertung in meiner Aussage, nur Jupp sitzt halt auf die Basics und macht das Spiel einfach und Tor fällt, alles gut, müssen dann die 7-0 gewinnen. Und 1-0 reicht, sind ja auch drei Punkte. Genau. Genau, was die Tipps angeht, Fabi 0-3, Balti 1-1 und Puffy und Gotti haben beide 1-2 getippt. Das heißt, auch da haben wir die Differenz richtig. Was man ja erwähnen kann ist, wenn der Schiedsrichter dann nach 5 Minuten wieder rot zeigt, was er aus meiner Sicht hätte bekommen müssen. Aber das macht ja keiner. Ja, dann wäre vielleicht mein Tipp aufgesangt. Meinst du, der Notfall im Sinne von 5, ne? Das ist eine witzige Szene mit Wolf, der erst der rot bekommen hat und dann der Videoschiedsrichter sagt, es ist kein roter, wurde er wieder ins Spiel geholt. Aus der Kabine, ja, er war schon an der Kabine. Achso, die Szene, ja, 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 ja. Die war aber richtig, war aber richtig, dass er keinen rot gibt. Auf jeden Fall. Ja, aber der Videoassistent darf sich da nicht einmischen. Okay. Aber wie gesagt, Vidal, da gibt keiner rot. Also, der Schiedsrichter, der Vidal wegen ihm so einer Szene diese Saison noch rot gibt oder so, den werde ich, der werde ich mich, ne, ich lasse mich nicht teabäcken. Was machen wir denn dann? Keine Ahnung. Der kriegt hier eine extra Sonder-Special-Format-Sendung. Das wird nicht passieren. Also, doch vielleicht irgendwann mal, wenn wirklich auch gar nichts anderes mehr, wenn es so offensichtlich ist und es steht schon 4-0 und letztes Spieltag oder so, dann vielleicht. Oder wenn der Wechsel von Arturo Vidal fix ist, dass er irgendwo anders hingeht, dann wird man sagen, du verlierst jetzt gerade den Bayern-Schutz. Aber ansonsten gibt es ja kein roter, das kannst du vergessen. Übrigens der Torschütze dann hinterher, glaube ich, oder? Ja, ja. War Vidal. Naja. Aber wir haben, fällt mir gerade ein, letztes Mal ja darüber geredet, Bayern gegen Hannover, viele Leute beim Elfmeter irgendwie in den 16er gelaufen. Da gab es dann direkt auch nochmal einen Kommentar, der wurde aber vom Verfasser unter unserem Video auch ziemlich schnell wieder gelöscht. Leider. Weil er hatte sich halt ein bisschen aufgeregt über den, der da redet. Nicht der Gotti hat er geschrieben, der andere da. Und hat halt gesagt irgendwie, warum denn überhaupt nicht gesagt wurde, dass Bayern auch schon noch hinterher einen Elfer bekommen hätte müssen und warum man sich dann nur so über das Reinlaufen ärgert. Das kann entweder noch ein Bayern-Hater gewesen sein oder ein Hannover-Liebhaber oder irgendwie sowas. Da hatte ich dann halt noch eine Antwort geschrieben, das definitiv gesagt wurde, dass hinterher auch noch die Bayern-Hater... Nee, muss man halt einfach gucken, warum bei anderen Vereinen es passiert und bei den Bayern halt nicht. Gab es nicht sogar eine wirtschaftliche Studie irgendwann mal, dass die Bayern definitiv bevorteilt werden? Ja. Vor ein paar Jahren meine ich mal sowas gelesen zu haben, wo ich dachte... Können wir auch dran erinnern. Und die Argumente der Bayern war halt, natürlich bekommen wir halt mehr Elfmeter, weil wir auch mehr zum Beispiel per Dribbling in den 16er ziehen und so. Ist ja gar nicht mal verkehrt. Ich dachte, wenn man einen Robben hat. Nee, aber ich meine, ist ja auch eine natürliche Sache der Dinge. Wenn du drückst und den Gegner hinten reindrückst und hast die Zweikämpfe halt vermehrt, auch in den 16ern, ist klar, dass da irgendwann mal auch ein Vorderer kommt. Aber es geht halt um die anderen Sachen und naja, die Bayern halt. Und damit sind sie Herbstmeister, Mann. Sollten wir da anfangen, ein bisschen besser hier mich zu artikulieren. So, Hamburg-Volzburg. Das langweiligste Spiel des Spieltags. Warum sagst du denn sowas? Ich gucke gerade auf die Tipps. Hamburg-Volzburg. Ah, ich kenne jemanden, der hat unentschieden getippt. Wende. Der Gotti. Ich glaube, das war mein Spieltag hier. Also, Fabi 1-0, Puffy und Balti beide 0-2. Und der Gotti hat 1-1 getippt. Ja, ich war naiv. Ich war naiv und dachte, da fallen wenigstens Tore. Aber das war nicht, ne? Und das Spiel war öde, oder? Ja, sehr öde sogar. Es lebte von der Spannung, können wir das vielleicht sagen. Aber es war öde. Es war öde. Oder ein von der Taktik geprägtes Spiel. Oh, auch schön. Ja, es war. Es war dick. Ja, also, war grausam. Also, ja. Wollen wir auch gar nicht drüber reden, oder? Nee. Okay, okay, cool. Samstagabend ging es dann weiter mit Gladbach gegen Gelsenkirchen. Das war, glaube ich, gar nicht so öde. Ich gucke auch gerade hier Kicker und die geben hier auch eine 2. Rassig, unterhaltsam. Genau, da war ordentlich Dampf drin. Da haben wir aber auch gestreamt. Nee, da haben wir nicht gestreamt. Da habe ich doch. Habe ich da nicht manchmal reingeguckt? Du hast gestreamt. Ich habe gestreamt, Samstagabend? Bist du nicht eure Truck gefahren? Nee, das war am Nachmittag. Irgendwann mal, ja. Das war vor Mittag, oder? Ach so. Ja, nee, stimmt. Samstag, Samstagabend. Nee, das war in Ordnung. Ich kann mich ein bisschen daran erinnern. Lief so wahrscheinlich hier im Hintergrund. Irgendwie so. Ähm, ich gucke die Tipps durch. Was haben wir denn? Wir haben, äh, Fabi hat 1 zu 2 für Gilsenkirchen getippt. Äh, Puffy 2 zu 0. Ich habe 3 zu 1 für Glaubbach. Ach so, Puffy hat 2 zu 0 Glaubbach getippt. Ich habe 3 zu 1 Glaubbach getippt. Und Bolti hat 2 zu 2 getippt. Das heißt, Bolti hat hier tatsächlich doch noch einen Treffer gelandet. Ja, klar. Aber nur mit Unentschieden, ne? Warte mal. Ja. Ja. Ja, nur mit Unentschieden gepunktet. Muss auch mal sein. Ja, ja, ja. Ähm, ja, wie gesagt, war ein gutes Spiel. Ja. Gibt's nichts zu meckern. Äh, Kramer hatte... Kramer? Wer ist denn Kramer bei, bei... Ach, das ist ein Eigentor. Glaubbach hat erst geführt. Genau, Glaubbach hat geführt, natürlich. Ja, 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 ich war jetzt irritiert. Und dann Eigentor durch Westergaard. Ja, 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 ja. Ja, will jemand was darüber sagen? Hat jemand Bock? Zum Beispiel hier, äh, Schiedsrichter wieder? Ich glaube, es war... Ja, Schiedsrichter kommt mal wieder gar nicht so schlecht weg. Glaublich, der 2 hat er gekriegt oder so. Ne, 5. Ne, 5. Ne, 5. Ich verfasse das gleich. Okay, dann war er doch... Das war gar nicht so gut. Ne, ich hab's... Ich hab da über die Spiele nur der 2 gelesen. Ähm, war, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden. Ähm, bringt beide nicht so richtig weiter. Wir hatten ja beide, glaube ich, ähm... Wäre möglich gewesen, glaube ich, dass sie der 2. sind am Ende. Nach dem Spieltag. Aber war, glaube ich, ein rassiges, unterhaltsames Spiel. Zwei gleichwertige Mannschaften. 1-1. Ja. Ja. Das beste Spiel des Spieltags, äh, fand dann am Sonntag um 14 Uhr statt, oder? Die... Jupp. Der Karnevalsverein aus Kölle gegen die Breisgauer aus Freiburg. Endete 3-4 nach 3-0 Führung. Wie doof muss man eigentlich sein, eine 3-0 Halbzeit-Führung noch zu verspielen? Ich meine, 4-0 kann ich verstehen, aber 3-0... Entschuldigung. Ja, der Dreifache Petersen hat es gemacht. 2 Elfmeter, alle, äh, 2 davon in der, in der, also beide in der, also 3 Elfmeter insgesamt in dem Spiel, oder gab es nicht sogar 4? Einer wurde doch, wurde nicht einer noch verschossen? Ne? Ne, ich meine nicht. Ne. Also 3 Elfmeter, äh, 1, äh, für, für, für die Kölner, nach einer Viertelstunde, und, und dann 2 für, ähm, für Freiburg in der Nachspielzeit. Ja. Richtig harte Nummer, oder? Aber... Und da kann ich auch gerne was zu sagen gleich. Aber der Sieg ist absolut in Ordnung, oder? Ja, also, äh, Köln hat stark gestartet am Anfang, haben es dann ja auch gleich mit 3 Toren genutzt, aber dann ist ja relativ schnell auch wieder in die alte Verfassung gerutscht, was man am Ende dann auch in den Torschüssen sieht. 25 Freiburg, 6 Köln, eine war es verdient, die waren halt am Anfang effektiv, aber danach haben sie halt wieder gespielt, wie die letzten Wochen auch. Ja, so wie Dortmund. Ja. Und die beiden Elfmeter am Ende, die waren so unnötig, der Erste, da stand der Gegnerspieler zum Rücken, zum Tor, relativ am Ende des Strafraums wird er von unten umgekreischt, klarer Elfmeter war total dumm, und dann beim zweiten Elfmeter wurde einfach immer der Sportart vertauscht und da wurde Volleyball gespielt und der Ball mit der Faust weggeschlagen, als wenn man ein Torhüter wäre. Teil dumm, individuelle Fehler und dürfen eigentlich einfach nicht passieren. Paffi? Ja, wir hatten ja vorher schon gesagt, dass wir denken, Köln ist abgestiegen, mit dem Ergebnis und mit dem, so wie man dann das Spiel verliert, ist das auch wirklich ein Zeichen, dass man wirklich ein Absteiger ist, dass man in der ersten Liga momentan anscheinend nichts zu suchen hat. Für Freiburg war es natürlich sehr, sehr wichtig, die drei Punkte, jetzt sind sie, Bremen, Freiburg, Hamburg, Mainz, das ist alles eine Suppe da unten, klar, denn zum Ende, wenn du durch zwei Elfmeter in der Nachspielzeit gewinnst, ist es immer ein bisschen glücklich, aber die Statistiken sind ja ganz klar für Freiburg, also Köln war halt zum Anfang effektiv, haben halt schnell Tore gemacht und danach kam halt gar nichts mehr. Spektakuliert Spiel auf jeden Fall. Ja, wir haben ja auch im Stream gesagt, irgendjemand hat ja gesagt, ich glaube, Jeff oder so, auf jeden Fall irgendwie ein Kölner, die auch gerne im Stream vorbeischauen, um guten Fußball zu sehen, aber bei schlechten Fußball spielen sie auch nicht immer, aber ja, egal. Auf jeden Fall meint er, wie kann denn sowas nur passieren? Und da haben wir ja gesagt, sowas passiert genau dann, wenn du eine Mannschaft hast, die gar nicht auf Abschließkampf getrimmt ist von Anfang an, du landest da unten, du kommst da unten nicht raus, du punktest nicht, du kriegst durchaus auch Fehlentscheidungen gegen dich, in der Saison trotz Videobeweis hast du Fehlentscheidungen gegen dich auch bekommen, dann bist du vielleicht auch mal im Spiel besser und verkackst trotzdem, dann führst du auch mal und verkackst trotzdem. All das, was haben wir gesagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß oder erst hattest du kein Glück, dann kam noch Pech dazu. Diese ganzen alten Fußballweisheiten, das trifft genau auf den Punkt, was halt so eine Situation angeht. Und das musst du, wenn du unten bist als Verein, der gar nicht da eigentlich sich da unten sieht, musst du genau diesen Faktor mit einbeziehen und deshalb habe ich mich ja schon vor zwei oder drei Wochen sogar, habe ich mich ja schon geäußert und gesagt, die sind abgestiegen. Also es würde mich sehr wundern. Bremen hat gepunktet, Freiburg hat gepunktet, das habe ich ja auch so tatsächlich im Vorschau-Video gesagt, ich habe gesagt, Bremen wird punkten und Freiburg, also gut, da haben wir gesagt, selbst ein Unentschieden wäre nicht hilfreich gewesen für Köln und jetzt sieht es natürlich, also das war ein Sechs-Punkte-Spiel, jetzt schon. Und sie haben es selber verspielt. Ja, man muss ja realistisch sagen, also wenn Köln wirklich noch drinbleiben möchte, dann muss man ja wirklich in den nächsten, wie haben sie, 19 Spiele sind noch, muss sie, weiß ich nicht, 34, 35 Punkte holen und dann traue Köln einfach nicht zu. Die müssen in der Rückrunde mindestens zehn Spielen gewinnen und selbst das wird am Ende nicht reichen. Selbst zehn reichen? Weil guck mal, die punkten ja unten, das ist ja das, ich sage ja mindestens zehn und das wird selbst am Ende nicht reichen. Also ich bin ja noch nicht bereit zu sagen, die Liga ist durch, aber für Köln schon. Ja, da schon, aber nach 15 Spielen, wenn du mal guckst, von Platz vier bis Platz 16 sind es nur zehn Punkte. Also daraus lese ich auf jeden Fall, dass die unteren Vereine ja auch ihre Punkte geholt haben. Freiburg, Hamburg haben 15, nehmen wir mal die magische Grenze, 30 Punkte einfach mal, was ist noch nicht für die Klassenhalt wahrscheinlich reicht in einigen Jahren, aber wo du schon mal sagst, irgendwie 30 Punkte und es sind noch x Spiele, das ist doch schon mal ein gutes Polster. Und die Vereine unten, die meisten, die haben diese Hälfte schon nach 15 Spielen. Und das ist das Problem, was ich sehe. Also wenn er jetzt noch, weiß ich nicht, so noch zwei, drei Vereine wären, die auch ja so im Zehn-Punkte-Bereich oder so liegen, aber das sind schon 14 und sogar 15 und ja deshalb wie gesagt, also Köln ist leider wirklich wahrscheinlich durch. Und wenn nicht, dann Touché, dann werden wir eine richtig krasse Rückrunde von den Kölnern sehen. Hätte ja auch was. Frage ist nur, wer soll da die Tore machen und die konstante Leistung bringen? Wir werden es sehen. Wer soll da die Tore machen? Hier, der Dings trifft doch schon die ganze Zeit hier, oder? Gurassi. Ja, war jetzt nur per Elfmeter, aber immerhin, hat er auch wieder getroffen. Ja, keine Ahnung. Wir werden abwarten müssen. Also wenn man jetzt, sagen wir so, also wenn überhaupt, dann muss, Köln jetzt die nächsten beiden Spiele sechs Punkte, dann können wir vielleicht nochmal drüber reden. Dann hast du die Winterpause, dann kannst du Kraft sammeln. Dann muss ich unten aber auch schwächeln. Ja, irgendeiner wird da unten schwächeln, also rechnerisch gar nicht möglich, dass da alle jeden Spieltag da drei Punkte holen, also die nächsten beiden Spiele sechs Punkte, dann könnte vielleicht, aber ich glaube halt nicht dran sein. Naja, machen wir gleich im Vorschau. Hannover gegen Hoffenheim. Ne, haben wir, die Tipps haben wir noch gar nicht gemacht für Köln-Freiburg, oder? Tipps, Köln-Freiburg, ähm, 0-2 hat der Fabi getippt, der Paffi hat 1-0 Köln getippt, selbst schuld, der Bolti auch, selbst schuld, das mach ich schon nicht mehr, das hab ich letztens gemacht. Ich hab 0-0 getippt, naja, Fabi! Weißt du, du bist der Einzige, der Richtung Freiburg getippt hat. Wie bitte? Anderen haben alle auf Wunder gehofft. Du hast 2-0 Freiburg getippt. Ja, also der Einzige, der realistisch geblieben ist. Achso, ich dachte, ich hab verstanden, du warst der Einzige, der Richtung Freiburg getippt hat. Ne, ne, richtig. Ne, ich hab ja wenigstens noch 0-0 getippt, aber, naja, da hat der Fabi Eiskalt hier mal einen Punkt geholt. So, jetzt können wir mit Hannover-Hofenheim weitermachen. Machen wir am besten mal erstmal die Tipps. Und der Fabi hat 2-1 getippt, der Puffy 1-2, der Godi 0-2 und der Balti 1-3. Auch da hat der Fabi hier, ne, gesagt, Hannover macht das und Hannover hat's gemacht. Was ist mit Hoffenheim los? Ja, dieses Spiel war einfach zu beide nicht nur mit dem Wetter klargekommen. Das ist mein erster Halbzeit gesehen, da gab's insgesamt einen Torschuss in 45 Minuten. Und dann hat sich halt Hannover am besten dran gewöhnt an das Wetter. und Hoffenheim war es einfach, ich bin nicht mit dem Schnee klargekommen und konnte kein Fußball spielen. Ja. Gut, aber diese negative Tendenz hat Hoffenheim ja schon so ein bisschen die letzten Spiele immer. Also sehr wach. Ganz kurz, ganz kurz. War nicht auch schon in Hannover das Dortmund-Spiel, wo ich gesagt hab, Alter, da ist doch jemand mit dem Auto über den Rasen gefahren. War das nicht Hannover? Ja, war Hannover. Gut, jetzt lag Schnee, aber im Endeffekt war es wahrscheinlich dann trotzdem auch wieder so ein Acker, ne, also auch schneeunabhängig. Ist so ein bisschen das Hannover-Prinzip dann anscheinend, oder? Ich weiß nicht, ob sie den Rasen ausgetauscht haben, aber es lag halt auf dem Platz schon ne Schneedegg und da spielt es sich schon ein bisschen schwieriger. Ach. Aber anscheinend hier, naja. Paffi, weiter. Ja, also wie gesagt, Hannover also generell, ja, Hoffenheim generell, 4-0 zu Hause gewonnen gegen Leipzig und dann halt wieder gegen Hannover so schwach in der Euroleague auch nicht wirklich toll gewesen. Ach, so richtig, so richtig wirkt es gerade, also es wirkt für mich so ein bisschen, als wenn der Herr Nagelsmann so ein bisschen entzaubert ist gerade. Oder so als neuer Wundertrainer und so momentan hat er seinen Haufen da nicht unter Kontrolle, finde ich. Die Gerüchten nach ist er ja sowieso schon mit dem BVB einig, ab nächsten Sommer. Ja, hast du mir ja gesagt. Ich hab die Gerüchte nur aufgegriffen. Ich sage ja immer noch, nein, der geht zu den Bayern, aber war ein bisschen das Schocken, als ich dann gelesen habe, dass ein sehr dort und nah Schreiberling da anscheinend schon mehr weiß. Naja gut, auch das ist was für das Transfergeflüster im Winter. Ja, irgendwas, Hoffenheim, auf und ab, ne. Aber gut, du hast es gerade erwähnt, haben auch Euroleague gespielt. Wann haben die denn gespielt? Am Donnerstag, ne? Donnerstag, ja. Hast du auch nicht so viel Regeneration, ne. Und dann auf dem Acker, wenn da Schnee liegt, das ist schon auch unangenehm zu spielen. Die Beine sind eh schon schwer, dann sind sie doppelt schwer, ne. War zwar nicht so schlimm wie in Buffalo in der NFL, aber. Das war geil. Ja, absolut. Ich glaube, die Jungs hatten auch Spaß. Ja. Na gut, also Hoffenheim verliert gegen Hanoi. Und die sind jetzt Zehnter. Ah. Letztes Spiel des Spieltags war dann Augsburg gegen die Hertha. Endete 1-1. War auch jetzt, glaube ich, nicht so pralle, oder? Ne, doch. Unterhaltsame Partie, sagen wir. Aber ich habe es nicht gesehen. Also da kann ich nichts zu sagen. Habe ich nicht mal. Ah, bei Leckis, Leckis, ah, ich liebe den Namen Lecki. Bei Leckis Faulern Max, der mit seinem Pass für den Bugerson auf die Reise schickt, hätte das Team Vorteil laufen. Ah, naja. Lesen wir nur gerade die Bewertung Schiris durch. Also, wer hat es gesehen? Wer kann was sagen? Herr Wig, ich habe es nicht gesehen. Wir haben ja gestreamt. Ähm. Vielleicht eine Zusammenfassung. Ich habe auch nie mal eine Zusammenfassung gesehen. Nee, also 1-1 jetzt, ja, Augsburg ja immer noch eigentlich über dem, was wir erwartet hatten von ihnen. Punkte technisch, Hertha ein bisschen schlechter, obwohl die Hertha genauso, wie wir erwartet hatten. Ähm, ja, Statistiken sagen jetzt, dass halt die Heimmannschaft stärker war, also Augsburg, Hertha dann ein bisschen effektiver halt im Torabschluss. Aha. Ja, sind wir, komm, sind wir durch. Sind wir durch. Machen wir die Tipps. Ja. Fabi hat 0-1 getippt, äh, Puffy 2-0, Gotti 4-1 für Augsburg. Haha. Och, och, och. Und der Bolti hat mal wieder eiskalt mit einem super mutigen Unentschieden gepunktet. Also, gefühlt glaube ich, ich habe den Spieltag gewonnen, wenn jemand will. Das bezweifle ich. Ich habe gewonnen. Du hast vier Punkte gemacht. Hallo? Ja. Ja, was? Reicht doch, oder? Äh, nein. Ach so. Also, Gotti hat im ersten Spiel direkt zwei Punkte gemacht. Dann habe ich hier noch einen Punkt, das sind drei. Dann habe ich HSV noch einen Punkt, das sind vier. Sind fünf dann. Fünf, wieso? Ach ja, Entschuldigung, stimmt. Dann bin ich ja schon drüber. Das war auch der letzte Punkt. Ich habe noch fünf. Ich dachte, wir wären mehr. Okay. Auf jeden Fall hat Puffy nicht gewonnen. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber der gewinnt ja auch selbst mit Überzahl nicht. So. Weiter geht's. Nächster Spieltag. Äh, 16. Spieltag. Ähm. Fängt am Dienstag an. Also, wenn ihr es hört, heute. Und zwar um 18.30 Uhr mit dem, boah, Blockbuster, mit dem Quotenkiller Wolfsburg gegen Leipzig. Gut, dass ich da nicht zu Hause bin. Ja, und ich würde es mir eh nicht reinziehen. Ich würde es mir sogar angucken. Läuft das bei Eurospon? Nö, dürfte es nicht. Weil das so alleine ist? Wie am Mittwoch. Ich weiß nicht. Wäre eine Idee. Kannst du nicht sagen. Ich kann es nicht verstanden. Aber. Wie dem. Ja. Wie dem auch sei. Ja, wie dem auch sei. Guckt eh kein Mensch. Na doch, ich muss mal gucken. Vielleicht schalte ich sogar ein und lasse es so laufen. Aber ich denke schon, das ist spannend. Aber es ist doch schwer zu tippen. Sehr schwer zu tippen. Weil Leipzig hat immer noch keine Regeneration. Und Wolfsburg zu Hause. Paffi, was tippst du denn? 1-1. Bolti, was tippst du denn? Tipp 2-1. Paffi, was tippst du denn? 0-0. Dann sage ich auch 1-1. Kriegt man ja zwei Easy Points. Alles gut. Was? Bei Spielen, wo ich mir jetzt unsicher bin, mache ich so wie der Bolti immer einfach unentschieden. Und dann kannst du ja eigentlich nur gewinnen. Okay. Ja, ich finde das Spiel gar nicht mal so uninteressant. Also, von dem Teamnamen her oder von dem Konstruktnamen her, ja. Aber könnte, weiß nicht. Wolfsburg kann da zentral sehr defensiv kompakt stehen. Und dann wäre ich echt gespannt. Mein Wolfsburg mit 9 Unentschieden stehen ja ein bisschen für kompakt. Ja, ja, ja. Da geht nichts viel nach vorne und nicht viel nach hinten. Das heißt, Leipzig müsste auch schon wieder laufen, um Rücken zu reißen. Lücken zu reißen? Rücken zu leißen. Und wie gesagt, gar keine Regeneration seit der Champions-League-Partie so wirklich. Oder halt nur Regeneration. Die Tage, die du hast, nutzt dir eigentlich dann, um zu regenerieren. Ja. Könnte müde Beine mit sich ziehen. Ja, Unentschieden. Definitiv. Dann geht es abends weiter mit Freiburg gegen Gladbach. Ja. Korrekt. Ja. Guck ich nicht, weil Dortmund sein Best spielt. Ja, aber ich hätte es geguckt tatsächlich. Ja, ich auch. Klingt auf jeden Fall. Zumindest hätte ich es in einer Konferenz geguckt. Ich zippe mal 3-1 für Gladbach. Ich sage 2-2. Ich sage 0-2. Ich sage 1-1. Sehr gut. Mach einfach Unentschieden, Puffy. 9 mal 1-1. Ist schon notiert, Puffy. Was? Ich sage 9 mal 1-1. 9 mal 1-1. Irgendwas hat er mit den Ohren heute. Nee. Hä? Ich habe gesagt, ich schreibe jetzt bei Puffy 9 mal 1-1 hin. Weil die ersten Spiele sind 1-1. Egal. Machen wir weiter. Ach so. 9 Partien tippst du jetzt für Puffy direkt automatisch. Alles klar. So. Ja, ich habe ja auch zu Puffy gesagt. Mach einfach immer Unentschieden. Das läuft mal. Hamburg gegen Frankfurt. Ha. Ich werde es auf jeden Fall nicht angucken. Weil Fußball werden wir nicht sehen. Und da wir Fußball nicht sehen werden, tippe ich 0-0. Ich auch. Ich sage 0-1. Ja, ich kenne die auch eher Richtung Frankfurt da tatsächlich. Wobei die jetzt auch in den letzten Wochen nicht mehr so überzeugt waren. Haben die sich auch da eingefunden mittlerweile, wo ich sie glaube ich auch erwartet habe. Aber der HSV müsste aber ein bisschen nach oben rücken. Schwierig. Ich sage 0-1 Frankfurt. Also wie der Fabi. Auch 0-1? Ja. Leider gewürfelt. So, Mainz Dortmund. Sag ich mal 8-0. Nein. Jetzt kommen nämlich ein bisschen Geschwindigkeit dazu, was ich denke. Also ich denke, Stöger hat halt nicht die Zeit gehabt, um da jetzt großartig was zu reißen. Aber ich glaube, es zieht der, oh wir haben einen neuen Trainer-Bonus. Und jeder Spieler wird dann tatsächlich ein bisschen mehr laufen. Das heißt, Nuri Schein wird am Spielende, wenn er 90 Minuten spielen würde, tatsächlich 2 Kilometer auf dem Konto haben. Oder auf dem Tacho, klingt noch besser. Das heißt, doppelt so viel wie sonst immer. Und ich tippe 2-0 für Dortmund. Durch den neuen Trainer-Bonus. Also jetzt nicht, weil ich denke, Stöger hat da jetzt taktisch komplett umgestellt. Er wird eine einfachere Taktik wählen, als die vorher da war. Eine Basistaktik. Und das wird halt reichen. So, nächste. Fabi, komm. 1-2 für Dortmund. Fabi, komm. 1-3 Dortmund. Und Balti. Ich sage 5-1 Dortmund. Juhu, juhu, juhu. So, wunderbar. Hoffenheim gegen Stuttgart. Ist das ein Schwabenduell? Ich glaube nicht. Ich würde schon sagen, es wird nicht wissen, weil es ein Derby ist, oder? Wir sind doch relativ nah beieinander, oder? Ja, ja. Aber Hoffenheim ist auch oben bei Heidelberg. Das sind keine Schwaben. Nein, aber es ist ein Derby. Außer dem Spiel bei Hoffenheim, so viele, die aus der Stuttgarter Jugend kommen, ist ein Derby. Was zählt in Hoffenheim dann? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, ja. Es ist ein Baden-Württemberg. Ja, also, dann nimm mal so ein Baden-Württemberg-Derby. Das meinte ich doch. Ja. Okay. Boah. Ja, bei Hoffenheim gibt es so ein bisschen das Gleiche für Leibniz. Weißt du was? Komm. Weißt du was? 0-1 Stuttgart. Nice. Mach ja hier nicht die ganze Zeit auf Pussy, ne? So wie Paffi 1-1, oder? Ne, ich sage 2-0. Hallo, Mr. Mutig. Naja, Stuttgart auswärts hat man nicht wirklich was gerissen. Ne, aber müde Beine bei Hoffenheim und das wird jetzt klappen. Tirolde macht das 1-0 in der 36. Und Hoffenheim läuft dann die zweite Halbzeit aufs Stuttgart-Tor, aber Pfostenschuss noch irgendwie, aber geht halt nicht rein. Ey, wenn das eintrifft, ne? Dann, dann... Dann kriegst du den extra Punkt. Dann, wenn das so eintritt, dann donate ich 10 Euro. Sehr gut, habt ihr alle gehört, so. Aber Tirolde muss in der 36. Minute treffen. Ja, sicher, wer denn sonst? Und Pfostenschuss in der zweiten Halbzeit, äh, Hoffenheim. Okay. 10 Euro ist da ein bisschen wenig, ehrlich. Wenn ich das beim Wettanbieter machen würde, nur mit 1 Euro Einsatz, hätte ich aber mehr als 10. So, haben wir alle Tipps? Nein, einer fehlt. Irgendjemand? Ne, zwei fehlen noch. Ich und Fabi. Ich tippe 4-1 für Hoffenheim. Okay. Bei 1. Gut, also bin ich wieder der Einzige, der aus... Ja. Warum nicht? Oh, ho. Bayern-Köln. Ich fange an, ich tippe 6-0. Okay. Fabi? 3-0. 4-1. Ich sag 2-0 Bayern. Ich glaube, die werden ein paar Tore machen, dass es sicher ist, und dann werden sie schon Gang machen für das Wochenende. Ja. Ich glaube, zwei Tore reicht dem Bayern, reicht dem Jupp. Und, ja, mal gucken. Hertha gegen Hannover, das ist so ein Spiel, was ich mir gar nicht angucken würde. Ich auch nicht. Er schreibt nach Fußballkultur, auf höchstem Niveau. Aber mit der Hertha ist aber auch schon lange nichts mehr los, oder? Ja, aber nur 18 Punkte sieht nicht so gut aus. Aber das hatten wir ja auch so gesagt, dass die nicht so toll... Ich komme, ich sage 0-0. Ich sage 1-0 Hertha, weil ich glaube, einen kriegen sie reingesturkelt. Ich sage 1-2. Doch, auch 1-0 Hertha. Haben wir alles dabei. Sieg, Sieg, Hertha. Unentschieden. Und ein Sieg, Hannover. Gut, ich fahre. Sehr gut. Das lobe ich mir. So, Geltenkirchen gegen Augsburg. Ja. Was würdest du dazu sagen? Also, ich gehe davon aus, dass Augsburg früher oder später eine Tabelle noch nach unten wandert. Ja. Aber, ich kann jetzt nicht schon wieder hier auf die blauen wetten, ne? Ich sage 2-0 Schalke. Leider. Tu mich schwer. Ich sage es, komm. Ja. 2-1 Geltenkirchen. 3-1 Schalke. 1-1. Ja. Na, schauen wir mal. Leverkusen-Bremen. So, nächste Big Points für Werder? Ohne Bartels und Junuzovic bezweifle ich das. Reichte gegen Dortmund. Ja, nachdem sie aber schon geführt haben. Nein, das stand unentschieden, als, glaube ich, Junuzovic auch runter war. Bartels war da ja schon weg. Ich habe keine Ahnung. Dann haben sie quasi ohne den beiden 0-1 gewonnen. Ich tippe trotzdem 3-0 Leverkusen. Aha. Paffi. 2-0 Leverkusen. Dem schließe ich mich an. Aha. Ja, ich sage auch 2-0 Leverkusen. Da traue ich mich nicht, mutig zu sein. Die Ausfälle tun schon weh. Das ist zweifellos. Aber das Spiel gegen Dortmund hat auch vielleicht ein bisschen Auftrieb gebracht. Aber Leverkusen ist nicht Dortmund, ne? Die spielen einen relativ effektiven Fußball. Und die haben Bailey. Der wirklich echt gut drauf ist momentan, oder? Ja, das ist ja auch schon bei den Vorlagen irgendwie sehr weit oben stehen, oder? Also generell ist er halt ein gutes Paket, ne? Wie ist denn, 19 oder 20 ist er ja? 20, glaube ich. Ist halt wahnsinnig schnell. Hat jetzt auch langsam so ein bisschen in die Bundesliga reingefunden, wo er letztes Jahr zur Winterklausel, glaube ich, gekommen ist, ne? Da fahrt er so ein bisschen wie ein Fremdkörper mittlerweile. Ist er schon gut. Und dann halt in der Kombination mit sowieso einem relativ spielstarken Team, ist ja nun mal Leverkusen, ist das schon nicht so schlecht. Also das ist gut. Funktioniert. Und ich glaube einfach für Leverkusen zu Hause. Bremen, die werden nicht hinten drin stehen. Die werden halt auch versuchen, obwohl sie jetzt vielleicht Ausfälle haben, mitzuspielen. Und das kommt Leverkusen nicht hin. Hat vier Tore, vier Assists. Ich dachte, der hätte schon ein paar Vorlagen mehr. Magabelle Laufleistung, warte mal. Ach, kann man gar nicht sehen. Hä? Doch. Der läuft eine Menge. Ne, es ist aber Teamloch. Ne, doch, klar. Eckgestein. Ja, ich suche mal eben in einem Dortmunder am 15. Spieltag, was die Laufleistung angeht. Moment. Also hier, drei Bremer direkt in den Top Ten. Laufen bringt was beim Fußball? Das ist ja krass. Oh, Kagawa ist zwölf Kilometer gelaufen. Batra auch. Warum ist ein Batra? Egal, ich möchte es gar nicht wissen. Der hat doch rechts gespielt. Ja, ja, ja. Ich glaube, da kann man schon mal ein paar Meter machen. Sogar Schmelzer ist gelaufen. Subotic. Vor Pulisic. Höchststrafe eigentlich für ein Offensivspieler. Ist da gut vorher rausgekommen? Oder der durchgespielt? Ja, ja. Ja, gut. Dann ist es vielleicht noch in Ordnung, aber als Pulli sind. Ja. Darf dir nicht passieren, wenn du als Offensiver. Aber nicht verwunderlich. Gut. Sind wir mit dem Spieltag durch. Und ja, wenn wir dann am Donnerstagabend wahrscheinlich wieder aufnehmen, können wir das Review machen. Und dann geht es auch schon mit dem Preview zum... Das ist der letzte Bundesliga-Spieltag, oder? Ja. In diesem Jahr. Genau. Und dann kommt ja noch der DFB-Pokal. Yay. Und dann... Spielt da Dortmund? Ja, ja. Da spielt Dortmund gegen diese komischen... Wie heißen diese... Amateurverein da. Die mal den Schiedsrichter bestechen. Ja, die spielen da auswärts in... FC Vidal München oder so. Gut. Ähm. Ja. Und dann haben wir ja schon groß angekündigt, dass wir da hier Dings machen, ne? Hier, wie heißt das? Wintercheck. Schlescheck, genau. Irgendwie sowas. Der Schlescheck. Ja, nee. Schlescheck finde ich blöd. Ja. Gut. Brauchen wir auch nicht mehr groß reden, oder? Will noch einer was loswerden? Nö, ne? Alles klar. Dann sind wir durch und bedanken uns für euer Interesse und bis... Ja, ihr seht dann die Folge wahrscheinlich die nächste am Freitag. Mit Fabi? Mit was dann? Review und Preview. Ich höre beides das Gleiche, ja. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.